Was kann ich denn für Sie tun? Ich möchte mich anzeigen. Sie möchten sich anzeigen? Ja. Okay, warum? Ich hab meine Leiche im Kofferraum. Das soll ich Ihnen glauben. Ja, Sekunden. Wollen wir uns das angucken? Ja. Was ist da drin in der Tüte? Wir kippen sie einfach mal aus. Das ist ein Fleischhörnchen. Ich konnte nicht mehr bremsen. Sie haben das überfahren? Ja. Das war ein Tier. Das tut mir so leid. Aber ich konnte nicht mehr bremsen. Herr Dornfeld, es tut Ihnen leid. Es tut mir auch leid. Er ist ein totes Tier. Sie können das aber bedenkenlos entsorgen. Da kann Ihnen die Polizei nicht großartig helfen. Copyright Untertitel. BR 2018